Heute sind wir, ich bin Martina, ich bin Paola und ich bin Timia und wir sind drei Schülerinnen aus dem Lächter-Stanischen Gymnasium. Also wir stellen das Projekt eine Million Sterne vor und dort geht es eigentlich darum, dass man ein Bild aus Kerzen erstellt und anschließend dort eine bedeutende Überbringung der Leute. Es geht darum, dass man die Leute zusammenbringen kann und auf EPS-Einwiesen kann. Die Spenden in dem Projekt, das wir sammeln, gehen später auch Schüler und Jugendliche und unterstützen dort eigentlich die Bildung von Schulhäusern. Also das Projekt hat uns natürlich gut gefallen. Am besten hat uns nämlich gefallen, das Zimmer zu schaffen, die Freude und die Interesse der Leute und natürlich, dass wir mal Leuten helfen können. Also sicher genug früh anfangen mit dem Organisieren, weil man sehr viele verschiedene Aspekte anschauen muss und dass man auch genug früh mit der Werbung anfängt, dass man nicht, weil die Leute animieren, zum Mitkommen ist recht schwierig und dass man es auch gut überbringen kann. Wir sind eigentlich wieder zusammengekommen und sind einfach ein bisschen Nostalgie gegangen und haben jetzt darüber reflektiert, über unser Projekt, wie es gelaufen ist und haben uns eigentlich wieder in Erinnerung gerufen können, wie schön das Projekt eigentlich war. Ja, und dabei haben wir eben auch ganz viel Schokolade genabbert. Ja, und dabei haben wir auch ganz viel Schokolade genannt.